hallo und guten morgen in die gruppe im baldsein auf polkonien der wald in der stadt schön dass ihr schon so viele seid ich muss mir mal heute raussuchen welche der übungen ich heute mache ich kenne ja fast alle und heute werde ich morgenstunden mit liegestütz versuchen das tut uns allen gut und kräftig nicht nur muskeln sondern auch die lunge und das ist ja in diesen zeiten ganz besonders wichtig einen schönen tag euch allen ich bin dieter begel verleger und geschäftsführer vom verlag optimum medien und service gmbh